Schalömmchen Freunde! Schalömmchen! Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin heute zu Besuch bei den Survival Masters und zwar möchten wir einen Test für euch durchführen. Viele von euch können sicher Xayu Dash, wo man alle möglichen Werte einstellen kann, um den Scooter schneller zu machen, mehr Power zu verleihen und da stellt sich oft die Frage, wie hoch kann ich denn wirklich gehen, bis was passiert bzw. kaputt geht. Wir werden das Ganze heute testen. Wir sind hier in sicherer Umgebung, haben hier ein Ninebot, was ist es? G30D? G30D in der Seat Edition. In der Seat Edition. Der ist komplett aufgepowert mit Xayu Dash, Field Reaking, alles drauf und wird einfach nur noch mit Panzerwand festgehalten. Und ja, Feudersche haben wir heute mal mitgebracht, deswegen würde ich sagen, machen wir gleich mal direkt Start. Also wir haben vorhin schon einen kurzen Test gemacht und zwar ist es so, durch dieses Field Reaking hört der einfach nicht mehr auf zu drehen. Der beschleunigt von alleine weiter. Wir mussten das Ganze dann abbrechen und haben den Motor von Hand gebremst, also einfach auf den Boden gedrückt. Das Ganze werden wir jetzt nicht machen, sondern wir werden den in der Luft komplett ausdrehen lassen und schauen, was passiert. Manuel, was denkst du, was wird passieren? Schwierig, schwierig. Also es kann, mehrere Szenarien können passieren. Einmal der BMS macht einfach zu, dann ist Ende. Der Motor geht kaputt, dann ist Ende. Der Controller brennt durch, dann ist Ende. Das ist natürlich, warum der Feuerlasteel steht, wenn der Akku explodieren sollte. Kann auch passieren, vermutlich aber eher nicht. Aber sicher ist sicher, Freunde, wir wollen natürlich hier nichts, wir wollen natürlich niemanden gefährden, deswegen. Was denkt ihr denn, wie lange wird es denn dauern, bis was passiert? Boah, ich sag ganz ehrlich, der dreht locker eine Minute. Ja, Minute, Minute. Und ich denke mal, dann wird Ende sein. Okay, wir sind uns aber einig und zwar, es wird was passieren. Irgendwann wird passieren, ja. Definitiv. Okay. F90, 100 A9. Boah, Alter. Boah, der Reif. Reif, Alter. Okay, also die Fahrt hier hoch hat sich gelohnt. Absolut crazy. In der Dash an Sicht hat das Ding auch, wie viel? 188? 188, das war, ja. Aber vom Sound her hat man gehört, eigentlich hat er noch viel weiter gedreht. Der Motor ist auch richtig heiß geworden am Ende noch. Aber der funktioniert noch, das ist das Krasse. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.